Moin Leute, wir gucken uns heute einmal gemeinsam die kürzlich gebufften Kassandras an. Vor allem da der Blick auf die Net5 Varianten auf Feuer, Wind und Dunkelheit, weil ich die zufälligerweise habe und die wurden ja auch jetzt größtenteils im Balance Patch sozusagen angefasst. Ich würde sagen, wir gucken heute mal ein bisschen genauer rein, weil ich glaube, die sind mittlerweile richtig gut geworden. Und ich würde sagen, wir starten rein. Starten wir einmal rein in den Gilden- und Belagerungskampf und das Anwendungsgebiet, wo gerade auch die Net5 Kassandras mit der zweiten Fähigkeit die Verteidigung ignorieren kann, wahrscheinlich ziemlich stark sind. Wir versuchen das Ganze mit einer Doppelsnipe-Kombo hier mit Bastet und den beiden Kassandras. Versuchen wir vor allem auch die zweiten Fähigkeiten, wie gesagt, zu nutzen. Die dritte Fähigkeit, der Passiv von Kassandra, ist dann eher so nachgelagert. Wichtig, wir gucken hier vor allem auf die zweite Fähigkeit, der Heldenschlag, der verbessert wurde, mit dem, dass je mehr vorteilhafte Effekte, also je mehr Buffs auf ihr drauf sind, umso mehr Schaden kann sie noch machen und dementsprechend auch Verteidigung ignorieren. Leider sind sie nicht voll ausgeskillt, sonst werden wir jetzt wahrscheinlich in den Fähigkeiten nochmal schneller an die Fähigkeiten rankommen. Und grundlegend kann ich euch mal zeigen, wie ist das ungefähr so gebaut. Bastet auf plus 200, also so schnell wie ihr könnt. Und je nachdem, wie schnell sie ist, solltet ihr auch gucken, dass eure Kassandras hinterherkommen. Also die müssen schon so plus 140 haben, wenn eure Bastet so schnell ist. Da helfen vor allem auch Temposets. Vielleicht auch auf Slot 2 mit einer Sweet-Rune und ihr wollt trotzdem 100 Crit-Rate und so viel Crit-Damage und Attack wie möglich haben. Ich habe es sogar geschafft auf der Wind-Kassandra mit einer Attack-Prozent-Rune. Also wenn ihr so eine schnelle Runen noch rumliegen habt, ist das auch nicht so schlecht, weil dann seht ihr mal hier den Damage-Unterschied. 1.900 Attack zu 1.400, da gibt es noch mal deutliche Unterschiede und die kann auch mal ein bisschen mehr böllern. Das heißt, ihr wollt hier grundlegend erste Runde mit dem Team erreichen, vor dem Gegner-Team und greift vor allem auch, sage ich mal, so ein bisschen die Gegner an, wo ihr wisst, die werden euch mit Bastet nicht outspeeden. Also wenn ihr hier schon irgendwas mit Speed-Lead seht und schnellen AOE-Strippern, dann würde ich da die Finger von lassen. Alles, was re-wifeln kann, ist auch nicht so toll, aber sowas hier mit Dominic, Rakan und Woosa, sowas können wir locker angreifen. Und ich würde sagen, wir starten einfach mal rein und gehen hier mal für die Snipes. Also Doppel-Snipe heißt das ja, das heißt, wir ziehen die erste Runde. Wir nutzen jetzt den Heldenschlag und zwar die zweite Fähigkeit zum Defense-Ignore. Da können wir jetzt einmal hier auf das Wind-Monster, zack, das ist sofort raus. Und auf das Feuermonster, wo wir ja gesehen haben, dass die Feuer-Kassandra ein bisschen weniger Attack hat als die Wind. Gucken wir mal, ob wir Rakan trotzdem kriegen. 48. Also wenn wir eine Rakan hier ordentlich rausgeschossen bekommen, trotz HP-Lead von Dominic, ist das schon ziemlich nice. Und ihr habt vielleicht auch den Unterschied gesehen in den Damage-Werten. Ich glaube, wir waren locker über 50 bei der Kassandra in Wind. Und bei der Entfeuer hatten wir das mit 48. Also da seht ihr auch nochmal den Unterschied zu den Runen, wenn ihr eine Attack-Prozent-Slot 2 noch mitbringen könnt. Und das Speed-Hub ist natürlich ziemlich, ziemlich nice. Ja, und jetzt sind wir schon wieder dran am Heldenschlag. Jetzt mal das Ganze ohne Attack-Buff. Wie sieht das hier aus? Zack, 32er Defignore. Und fertig. So schnell kann es sein. Ich weiß nicht, ob das vor dem Balance-Patch auch schon so ging. Tatsächlich, weil ich glaube, hatte ich die in der Form so getestet. Weiß ich nicht. In jedem Fall, wenn ihr jetzt euch sagt, okay, passt mal auf. Ihr habt jetzt keine. Ihr habt jetzt nur eine von beiden. Ihr habt jetzt nicht nur die Feuer. Und was macht ihr dann? Dann wählt ihr einfach ein Vier-Sterne-Monster dazu. Das kann entweder Covenant sein oder Kali, der hohe elementaren Feuer. Das wäre dann die Alternative, sodass ihr trotzdem eine Doppel-Snipe-Comp spielen könnt. Ziemlich nice. Ich glaube, das geht in der Kombination ganz gut. Und mit der Dark Cassandra funktioniert das auch super, weil die basically die zweite Fähigkeit identisch hat. Die habe ich jetzt nur auf 98 Crit-Drate bekommen. Die ist ja auch auf einen Speed-Crit-Damage-On-Attack-Bit. Und die ist eigentlich ein bisschen zu langsam. Wir werden es gleich wahrscheinlich noch ein bisschen sehen. Ich starte das direkt mal hinterher. Ich kann mir vorstellen, dass der Woosa jetzt vielleicht sogar reinkattet, weil sie nicht schnell genug ist. Wäre eigentlich gut zu sehen mal. Dann würdet ihr mal den Unterschied ein wenig feststellen. Ich mache jetzt mal den Rakan zuerst raus. Und jetzt seht ihr, Woosa, wir sind nicht Speed-Tuned. Das ist genau das, was ich gerade sagte. Ihr müsst Speed-Tuned sein. Jetzt gucken wir mal, ob wir den Dominik rausbekommen. Trotz Schild hat noch funktioniert. Hat noch funktioniert. Trotz HP-Lied und allem. Aber ihr wollt quasi es so wie in der ersten Runde haben, dass eure Monster Speed-Tuned sind. Und ja, jetzt können wir hier natürlich mit dem RD-Net-Five, können wir natürlich jetzt noch den Extra-Flex machen mit Endur und all so Späße. Aber der Woosa wird uns ja jetzt an der Stelle hier nicht groß sozusagen ans Leder gehen. Und wenn ihr die Dark Cassandra habt, dann habt ihr noch den großen Vorteil. Zum einen, dass ihr ja kein richtiges Attribut-Nachteil habt. Und zum anderen, dass die ja auch noch eine Speed-Lied mitbringt, die ihr dann auch nutzen könnt. Was macht ihr hier an Schaden? 58.000 Dev-Ignore. Das hört sich doch richtig gut an. Und dann würde ich sagen, testen wir vielleicht noch mal ein bisschen außerhalb von den kleinen Dreierkämpfen. Weil diese Doppel-Snipe-Kombo spielt ihr vor allem, wie ich es schon sagte, so gegen eher so Tanky-Devs, die rausschießen wollen. So wie wir das gerade jetzt gesehen haben. Und ich würde sagen, wir gucken mal weiter in die Arena, ob wir da vielleicht auch noch ein bisschen was gemeinsam finden. In der Arena, dachte ich mir, können wir ja mal die Wind-Cassandra so ein bisschen testen. Und weniger die zweiten Fähigkeiten, die haben wir gerade schon im Einsatz gesehen. Mehr vielleicht noch mal die dritte Fähigkeit. Die hat nämlich, die greift ja im Übrigen alle Feinde an. Das war mir gar nicht so bewusst. Die hat immer Attributsvorteil. Das würde bedeuten, ihr könntet an der Crit-Rate sogar auf 85 Crit-Rate gehen. Weil Attributsvorteil gibt euch immer automatisch 15 Crit-Rate dazu. Allerdings, wenn ihr die zweite Fähigkeit noch nutzen wollt, fehlt euch wieder die Crit-Rate. Also da wäre es natürlich geil, wenn das irgendwie mit diesem Attributsvorteil für alle Fähigkeiten gelten würde. Ist nicht so. Das heißt, 100 Crit-Rate trotzdem spielen. Und wir sehen jetzt auch noch, dass wir gleichzeitig auch noch Angriffsbalken zurücksetzen können. Und gleichzeitig auch noch Glanzing-Leber verteilen. Das bedeutet, auf der Wind-Cassandra, die ist ein bisschen umgebaut. Wir haben sie auf Speed, Crit, Damage und Attack. Sie hat jetzt, glaube ich, die Feuer-Cassandra-Rune aktuell. Und ich habe hier gerade auf der dritten Fähigkeit nochmal ACC, das ist mein Poseidon-Artefakt, was ich hier habe, mit dabei. Und dann könnt ihr hier gerne entweder hier noch auf Schaden auf bestimmten Elementen machen. Oder ihr guckt halt, dass ihr da irgendwie, sag ich mal, Schaden, je höher die gegnerische Max-HP ist. Auch noch draufpackt als Artefakt. Dann haben wir das wieder mit Tiana, Galion und dem Dark-Homonkulus. Tiana zieht die erste Runde. Dann kommt der Homonkulus, debufft das Ganze. Galion macht noch seine Defense-Breaks vorher drauf. Und dann muss Cassandra dran. Jetzt gucken wir nochmal, sie hat 243 Speed und sie hat 246. Jawohl, das passt. Dann würde ich einmal sagen, starten wir mal rein und gucken, wie das funktioniert, ob das funktioniert. Vielleicht ist ja die Cassandra so eine Art Poseidon-Ersatz, möglicherweise. War so meine Überlegung. Natürlich, bei Poseidon ist natürlich der Vorteil, dass seine ganzen Fähigkeiten nicht streifen können. Wir sehen jetzt, habe ich das gesehen, die Tiana wurde nicht zurückgesetzt. Na gut, mal gucken, was das erstmal bringt. Wir wollen erstmal nur die Angriffsbalken zurücksetzen. Ich glaube nicht, dass das sofort tötet, richtig. Aber Angriffsbalken rücksetzen hat funktioniert. Zweite Fähigkeit von Tiana tötet jetzt auch die Triana. Und jetzt müssen wir mal schauen. Ich glaube, wir müssen die Riley hier mal so ein bisschen wegmanövrieren. So, genau. Und jetzt haben wir die zweite Fähigkeit wieder zurück, den Heldenschlag. Jetzt würde ich direkt auf das Feuermonster gehen. Wobei, können wir gar nicht. Nee, ich hatte gerade einen Denkfehler. Ich dachte, wir sind wieder am vorteilhaften Attribut. Wie mit der dritten sind wir ja nicht. Das heißt, wir schießen jetzt einfach die Praha raus und überleben jetzt hoffentlich den Kanal. So, Defense Break. Und mal reingucken. Ja. Im Übrigen könnt ihr auch jetzt, wir spielen ja aktuell mit der Crit Rate Lead von Cassandra. Das könnt ihr natürlich versuchen, hier so ein bisschen noch, sag ich mal, zu nutzen in den Runen für euch. Die Cassandra doch ein bisschen mit weniger. Also diese 21 Crit Rate oder was die gibt, könnt ihr natürlich in den Runen runtersetzen. Wenn ihr immer damit spielt. Wenn ihr sie allerdings in mehreren Content Bereichen nutzt und nicht immer von der Crit Rate profitiert, dann ist es natürlich wieder was anderes. Also das heißt, wir haben ja hier die 21er Crit Rate. Also ihr könntet hier natürlich auch mit, was ist das dann, müssten dann 79 sein. 79 könntet ihr ja dann versuchen zu spielen. 79 Crit Rate und das sollte dann auch funktionieren. Was ist besser als eine Cassandra in der Arena? Richtig, drei Cassandras. Wir nutzen jetzt mal drei Cassandras, weil wir es können einfach und alle drei die Defense ignorieren können und versuchen ein bisschen das selbe Modell, was wir ja auch im Belagerungskampf probiert haben, mit Defense Ignore und Eis in den Monster rausschießen. Und gucken einfach, ob das jetzt hier gegen diese Defense funktioniert. Wir sehen hier eine Limer, wir sehen hier eine Manon, Kinky und den guten Kanal. Ich würde sagen, wir starten. Ich kann nochmal kurz die Runen zeigen. Das ist die Cassandra auf Speed, Crit, Damage und Attack. Auf plus 143, 100 Crit Rate, wichtig. Dann haben wir hier noch eine weitere Cassandra, ein Dunkel, Speed, Crit, Damage und Attack. Die sind übrigens nicht ausgeskillt. Das werden wir gleich vielleicht auch noch erleben. Und dann haben wir noch Attack, Crit, Damage und Attack. Auf der Cassandra. Hier haben wir sogar das 100er Speed trotz einer Attack Rune hinbekommen. Also gut, wenn ihr so eine Runen habt, deswegen sage ich immer Riesenfarm. Und hier ist wieder die Bastet, die einfach nur auf dem plus 200er Speed Set ist. Und jetzt gucken wir mal, ob wir die alle nacheinander rausgeschossen bekommen, würde ich sagen. Erste Runde. Hoffen wir, dass wir Speed Tuned sind. Eigentlich müssten wir jetzt auch Manon rausschießen können. Manon. Und jetzt sollte, genau, jetzt sollte, wenn ihr Speed Tuned sein, sollte die Limer nämlich nicht zwischenkratten können. Das heißt, wir schießen jetzt die Limer raus, richtig? Oh Gott, nein, nicht richtig. Das muss, jetzt überlege ich, waste ich jetzt? Ne, wir versuchen die zweite und wir wasten nicht, genau, wir wasten, wir versuchen die erste einfach nur und wasten nicht die zweite. So ist der Plan. Jetzt kommt der Kanal. Wir dürften jetzt nicht zu viel Schaden von Karnel bekommen, das wäre gut. Oder nicht zu viel Kontrolle abkriegen. Ich glaube, auf der Feuer-Cassandra ist es gar nicht so schlecht, gar nicht so schlimm, wenn wir schädlichen, äh, wenn wir tödlichen Schaden erhalten. Es ist nicht so schlimm, wie jetzt mit der Dark-Cassandra kriegen wir sogar jetzt noch den Endur. Jetzt den Kanal raus. Ach, ist auch ganz knapp, ne? Ganz knapp, also, ich denke, ihr müsst es versuchen. Also, ich kann mir vorstellen, dass das funktioniert, wenn ihr mit Kassandras auf Attack-Crit-Damage und Attack spielt. Ne, die eine, die Wind-Kassandra, die, die schießt die Leute wahrscheinlich raus, aber die anderen nicht. Haben wir jetzt gerade ihn nicht getötet? Äh, Karnel, macht doch ruhig ein bisschen, ne? Ja, macht ruhig. Macht euer Ding. Äh, ich greife deswegen währenddessen einfach mal an, ne? Ihr macht das schon. Äh, das ist übrigens das Gute, wenn ihr Dark-Cassandra habt, dann, äh, ne? Habt ihr einfach den Endur. Gut, jetzt versuchen wir nochmal unser Glück. Wir kommen jetzt natürlich nicht so schnell an die Codons wieder ran, weil, woher die Kraft für Skill-Ups? Äh, jetzt nochmal. Macht der Heldenschlag, obwohl wir ja nicht kritten können, trotzdem Schaden auf Kinky? Oh, zumindest so viel, äh, dass wir sein Passiv nicht getriggert haben. Okay. Im Übrigen, nicht vergessen, wenn die, wenn die Feuer-Kassandra hier links tödlichen Schaden erhalten sollte, was sie, glaube ich, noch nicht bekommen hat, kriegt sie ja noch ihren Passiv. Also, die stirbt noch nicht. Wir haben noch, wir haben noch eine Chance. Also, der Kinky, es muss hier nicht unbedingt ein Kinky-Solo werden. Da ist er. Da ist der Passiv. Da ist er. Äh, das könnte aber vielleicht doch ein Kinky-Solo werden. Äh, Heal-Block wäre gut. Heal-Block ist sehr gut. Wir haben die Skill-Ups nicht, ne? Wir haben die Skill-Ups nicht und ist das ein Kinky-Solo? Bitte nicht. Bitte nicht. Nein, tu's nicht, Kinky. Stop. No. Das, äh, ja gut. Das ist auch das Ergebnis eines Tests, würde ich sagen. Und, äh, wir gucken mal weiter, ob wir noch was Schönes finden. So, ich dachte mir, ganz geschlagen gebe ich mich jetzt noch nicht mit den drei Kassandras. Wir probieren's nochmal, äh, gegen eine andere Defense. Wir sehen wieder eine Manon-Dev und wir sehen auch eine Abelio. Äh, ich glaube, der Abelio kann ja hier sogar reinkatten. Also entweder macht ihr es hier so, dass ihr den Abelio raus versucht zu schießen und lebt damit, dass die Manon euch sozusagen ja unterbrechen kann. Oder wir snipen jetzt die Manon so zuerst raus. Äh, zur Erinnerung, die Kassandra ist ja auf dem Attack-Crit-Damage und Attack-Baid. Und jetzt werden wir, denke ich, gleich mal sehen, was eine gut gerunte Manon aushalten kann und ob das mit unserem Defense Ignore Single Target Cleave so gut funktioniert, wie ich mir das so gedacht habe. Wir sehen auch, der Gegner leuchtet wie ein Christbaum. Das heißt, der wird wahrscheinlich schon ein bisschen PvP-Erfahrung haben und, denke ich mal, auch ein bisschen Runen-Qualität. Und jetzt gucken wir, wir haben 41.000 auf dem Defignore auf der Manon und wir haben sie leider nicht getötet, sehe ich gerade. Das ist natürlich ungünstig. Und die beiden Monster, die jetzt noch hinterher kommen sollen, Feuer und Dark Kassandra, wurden beide provoked von Abelio. Das gehört auch dazu, dass man im Worst Case, das kann im Worst Case nämlich auch passieren und jetzt haben wir schon gesehen, krass, dass die Manon das überlebt hat, finde ich zumindest. Krass, dass sie das überlebt hat, weil ja eigentlich sie ja ein komplettes Defense Monster ist und wir gerade Hard Defense Ignored haben. Ja, also da war ich jetzt ein bisschen überrascht, muss ich ehrlich sagen. Wir können jetzt nochmal die dritte Fähigkeit angucken. Wir haben ja immer Attributvorteil, das heißt, wir können jetzt auch den Kanal eigentlich zurücksetzen. Oh, der Kahn hat aber Schaden kassiert. Und jetzt, wir müssen eigentlich jetzt, weil wir mit der Feuer dran sind, müssen wir eigentlich auf Karnel und hoffen einfach, dass Manons Passiv nicht kickt. Jawohl, hat nicht gekickt. Aber wir sehen, gegen richtig tankige Wassermonster oder generell gegen richtig tanky Monster und wenn wir ständig im Provoke sind, hat diese Off so ein bisschen ihre Grenzen. Und danke, Camilla, dass du uns komplett die Schau hier vermiest. Aber ja, also ich weiß nicht, also einzelne Kassandras eher nicht. Ich finde, die Wind Kassandra auf der dritten Fähigkeit mit Tiana, die war ziemlich interessant, würde ich sagen. Aber ob das dann auch wieder gegen so Abelio-Comps funktioniert mit Manon, immer so eine Sache. Ich glaube, die Kassandras sind wahrscheinlich in den Belagerungskämpfen mit am besten einzusetzen, weil wir da einfach noch die ganzen Flaggen haben, die noch ein bisschen mehr Damage pushen für die Kassandras. Dort habt ihr ja die Arena Tower plus die Gildenflaggen plus eure Runen, sodass ihr da wahrscheinlich mit am meisten Sinn macht. Wir haben ein bisschen die Kassandras getestet. Mein Eindruck ist auf jeden Fall, sie sind besser geworden für die Arena wahrscheinlich nur in einzelnen Fällen zu gebrauchen. Wenn ihr noch andere Ideen habt, dann schreibt es gerne in die Kommentare. Ich sage einmal danke für die Aufmerksamkeit und wir sehen uns dann wieder im nächsten Monster-Test-Video.